So, folgendes. Wir machen jetzt folgendes. Ich bin jetzt schon mit den beiden Kandidaten hier in einer Gruppe und habt ihr euch schon irgendwie einen Spot ausgesucht? Wollt ihr da oben das Duel machen? Ach du Scheiße, warte mal, kann ich hier auch in Flugform gehen? So, dann kann ich hier so... Ich finde das hier eigentlich ziemlich geil. Wer runterfällt, hat halt Pech gehabt, würde ich sagen. Oder For Stormwind wegen Open-World-Buffs. Was sind denn Open-World-Buffs? Habt ihr da irgendwas? Ich habe nicht mal ein Dings-Target. Habe ich irgendwas? Okay, 50%. Ja, dann lass For Stormwind bitte machen. Lass For Stormwind machen, okay? Aber eigentlich wäre es geil hier oben. Eigentlich wäre es ziemlich geil. Ich würde... Also, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen das so. Ihr entscheidet das. Es ist eure Entscheidung. Wenn ihr beide sagt, ihr wollt hier das Duel machen, machen wir das Duel hier. Also so viel Freiraum lasse ich euch auf jeden Fall. Ich finde das geil hier oben. So, Scheiße. Habe ich den Gruppen-Chat? Habt ihr mich verstanden? Wenn ihr hier machen wollt, könnt ihr hier machen. Wenn einer nur sagt, er möchte nicht, gehen wir woanders hin. Halonke sagt hier. Was sagt Insane? So, for our English-speaking people, these two competitors have both 10 points in the shuffle and they're gonna duel for the last spot for the grand final shuffle tournament round. Okay, Insane, du bist auch bereit, das hier zu machen, okay? Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bitte alle, die hier nicht dazu gehören, Paladin-Dings hier, kannst du... Verpiss dich einfach mal. So, okay. Ich geh hier in Clearview und ich würde sagen... Lass das Duell beginnen! Da ist die Zone von Insane gezogen worden. Vengeance Shield hier auf Halonke. Beide 50%. Aber man muss natürlich auch bedenken, hier ist Blinding Light von Halonke. Der Shepard rein. Junge, job dabei gefährlich doch. Muss seine Bubble hier schon ziehen. Ach, du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Der kitet Insane aber auch wirklich an den Rand des Verderbens. Wer da runterfällt, hat verloren, ne? Das ist echt krass. Und Hodge. Und kann Insane das noch drehen. Hier ist nochmal ein Strangulate. Und oh mein Gott, ist das knapp! Wer gewinnt die Runde? Ja, Halonke hat die Runde gewonnen, oder? War das richtig, habe ich das richtig gesehen? Hat Halonke gewonnen? Ja, ne? Ach, du Scheiße. Junge, das war ein richtig knappes Duell. Absolut ein knappes Duell. Heftig. Absolut heftig.